Die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft aufs erste Länderspiel im Jahr 2022 läuft auf Hochtouren. Am Donnerstag hat Bundestrainer Hansi Flick den Kader in zwei Gruppen eingeteilt im Training. In der ersten Gruppe waren unter anderem Ilkay Gündogan, Jamal Musiala und Kai Havertz. Dabei in der zweiten Gruppe dann der Rückkehrer Julian Weigel. Und der hat auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag dann auch nochmal ausführlich erzählt, wie sehr er sich auf die Rückkehr ins DFB-Trikot freut. Eine lustige Anekdote war auch dabei. Er erzählte, dass er auf der Geburtstagsparty eines Kollegen von Benfica Lissabon war, als Flick anrief. Er musste dann zurückrufen, war einigermaßen geschockt, aber auch erfreut, dass er wieder zurückkommt in die Nationalmannschaft. Gegen Israel am Samstag und vielleicht auch gegen Holland am nächsten Dienstag will Julian Weigel dann zeigen, dass er sich auch durchaus Chancen auf die WM ausrechnet. Insgesamt ist die Position neben Jo Kimmich im zentralen defensiven Mittelfeld bei Deutschland noch vakant als Schattenmann von Kimmich will sich auch Weigel positionieren. Die Entscheidung darüber wird Bundestrainer Flick dann natürlich noch nicht nach diesen beiden Ländern spielen, aber dann spätestens mit Blick auf die Nations League im Sommer, wo hochkarätige Gegner mit Italien und England auf dem Programm stehen, treffen. Eine ausführliche Analyse über die Sechserposition und den Schattenmann von Kimmich lesen Sie am Freitag bei sportbaser.de.